Wie von euch prognostiziert, geht der Bitcoin-Kurs unter die 20.000 US-Dollar-Marke. Wir haben News aus dem Euroraum, denn hier gibt es ein neues Anti-Geldwäsche-Gesetz in Bezug auf Krypto und das ist nicht so gut, wie man sich erhofft hat, aber auch nicht so schlecht, wie man eigentlich erwartet hatte. Wir haben Grayscale mit Big News, denn der Spot-ETF wurde wieder abgelehnt, also kein Bitcoin-ETF für Grayscale und damit eben jetzt auch eine Klage gegen die SEC. Genauso auch News von FTX-CEO Sam Beckman-Fried, der sagt, weitere Unternehmen im Kryptospace könnten pleite gehen. Das alles zusammengefasst jetzt im Video, jetzt erstmal zurücklehnen, anschauen und dann viel Spaß beim Update. Hallo Leute, herzlich willkommen zu den Bitcoin2Go News. Ihr seht es hier oben im Hintergrund, ja, ein bisschen verhaltene Stimmung. Ich wollte jetzt nicht ganz so bearish hier daherkommen, aber das Tableau, was ihr gerade gesehen habt, spricht natürlich eine andere Sprache. Das Intro ist manchmal so schwer, es aufzunehmen, weil so viele Informationen da sind und ich versuche das für euch auch zu aggregieren. Ihr seht also jede Menge Tabs, ich gehe jetzt hier mal schnell durch, damit es nicht ganz so lang wird, aber ich habe viele wichtige Punkte und es lohnt sich definitiv hier dran zu bleiben, denn auch der Ausblick nachher wird vielleicht nochmal ein bisschen länger als sonst, beziehungsweise ich habe da noch ein paar interessante Punkte definitiv. Gucken wir erstmal auf Status Quo, der ist definitiv nicht gut. Durch die Bank weg eigentlich die Cryptoassets im Minus. Atom kann sich leicht halten, Shiba Inu leicht, Leo leicht. Also das ist alles okay, aber hier Matic mit 15% Kursabwürfen, Solana 10%, Ethereum 7%, da kommt Bitcoin mit den 4% sogar noch ganz gut davon. Und wir sehen hier jetzt nochmal die Stundencannels und eben die Erholung von dem jüngsten Crash auf die 17.600, zumindest mal bei Binance der Bottom-Kurs gewesen. Die Erholung bis rauf auf fast 22.000, dort wurden wir rejected. Ein Faktor oder ein Punkt, der wichtig gewesen wäre, um die 200er MA-Linie zurückzuerobern. Jetzt geht es allerdings weiter südwärts und wir sehen hier noch eine fette rote Kerze, die heute Morgen reingeflogen ist. Vermutlich als Reaktion auch darauf, dass The Arrows Capital, also einer der größten Krypto-Hedgefonds, jetzt tatsächlich liquidiert werden soll. Ich gucke das Ganze jetzt mit euch zusammen mal an. Gucken wir vorne mal auf Recapital, die 200er MA-Linie, hatte ich als wichtigen Indikator gesagt. Hier mal so ein bisschen Kaffeesatzleserei, was wäre, wenn 20% noch mal runtergehen, dann sind wir bei 16.400. Warum? Die 20%. Es würde dem Abwurf bzw. der Minimierung des Handelsvolumens entsprechen. Ist jetzt nicht eine wirklich gute Prognose, aber Chart-Analyse lässt sich aktuell tatsächlich schwer machen. Deswegen blicken wir mal rüber auf ein paar On-Chain-Daten und auch die, muss man ganz klar sagen, sind nicht immer relevant. Hier haben wir zumindest mal kleine Zusammenhänge. Sehen wir nämlich die Ethereum-Zuwächse auf den Börsen, also die Möglichkeit, dass hier entsprechend auch verkauft wird. Die nimmt weiter zu oder die ist in einem deutlich positiven Bereich im Vergleich zu Bitcoin, wo es immer auch mal wieder hier rot die Akkumulationsphasen gibt. Aber man muss auch dazu sagen, also wirklich, man kann aus den Daten auch nicht letztendlich erkennen, es sind natürlich Indikatoren, was passiert denn auf den Börsen tatsächlich damit. Vielleicht wird ja auch was gestaked auf Vorbereitung für Ethereum 2.0, man weiß es nicht. Aber hier wird zumindest mal der Zusammenhang gezogen, warum jetzt Ethereum ein bisschen schwächer tendiert, für mich keine klaren Indikatoren. Wir haben ansonsten noch eine andere spannende Analyse mit Blick auf den Finanzmarkt. Und zwar, wenn man sich den Stock Market anguckt, den S&P 500, dann haben wir seit 1877, 32, 62 und 1970 das erste Mal eine so dermaßen schlechte erste Jahreshälfte erlebt. In der Vergangenheit war es allerdings so, dass die zweite Jahreshälfte dann wesentlich besser ausfiel. Also, dass die zweite Jahreshälfte dann positiv war. Kann man sich darauf stützen, kann man sich darauf freuen. Der Ausblick am aktuellen Markt ist allerdings nicht wirklich rosig. Und da gehen wir jetzt auch direkt mal drauf auf den Finanzmarkt, der hier am DAX jetzt gerade live 2% im Minus tangiert. Die US-Börsen haben gestern keinen wirklich klaren Impuls gegeben. Die Rohstoffpreise stabilisieren sich auch. Das Einzige, was dann eben bergab geht, sukzessive, sind die Risk-On-Assets, die Risiko-Assets, also Aktien, vor allem aus dem Tech-Bereich, die hier wieder federn lassen. Denn auch die Anleihen sind leicht negativ in der Rendite. Also von daher hier keine klaren Signale, aber doch deutliche Angstsignale zumindest, dass hier die Indizes jetzt leicht federn lassen. Gucken wir mal auf Gründe oder mögliche Hintergründe, ganz kurz und knackig. Konjunkturdaten. Und genau das ist jetzt das nächste Thema. Wir hatten jetzt die Inflation. Wir haben Inflation immer noch und die Zahlen sind hier sehr, sehr wichtig. Ich zeige das gleich nochmal, was ich im letzten Video auch euch gezeigt hatte. Und dann haben wir natürlich das Thema Konjunktur. Denn die Konjunktur zeigt uns, ob wir jetzt in eine Rezession kommen. Und das wird das nächste große Buzzword nach der Inflation. Stagflation, eben auch natürlich dann die Rezession, die immer wahrscheinlicher wird. Die US-Vorgaben ohne klare Tendenz, wie gesagt, und wenig Optimismus. Wenn wir uns mal die Importpreise und das alles anschauen, das sieht nicht so gut aus. Und Econmetrics nimmt das hier so ein bisschen auf die leichte Schulter, beziehungsweise ein bisschen belustigend. Denn tatsächlich, es gibt ja auch schon oder es gab schon sehr viele negative Aussagen von Michael Berry, der natürlich schon Ewigkeiten den großen Crash vorhersagt. Irgendwann kommt er natürlich dann auch mal. Goldman Sachs ansonsten. Die Recession Risk in den nächsten zwei Jahren bei 35% schon mittlerweile sehen. Deutsche Bank. Und wir haben immer wieder Updates auch. Also die Rezessionswahrscheinlichkeit steigt eigentlich von Tag, von Woche zu Woche. Und Elon Musk hat es ja auch schon gesagt. Hier sagt er dann am Ende, Strippers are calling recessions because clubs are empty. Also die Clubs sind leer. Keiner kann sich das mehr leisten, mal ins Triplokal zu gehen. Das Zeichen für ihn für Rezessionen soll also hier ein bisschen belustigend sein. Aber tatsächlich, die Lage ist schon ernst. Und auch FED-Chef Jerome Powell spricht ganz anders als noch vor einem Jahr. Da war die Inflation noch transitory, also vorübergehend. Jetzt ist sie vielleicht sogar permanent. Könnte zumindest sein. Das hat er jetzt zumindest mal verlauten lassen. Sorgt natürlich hier wieder für Angst in den Märkten. Und ihr merkt, vor allem die Emotionalität am Markt ist das große Thema gerade. Man versucht, händeringend die Zukunft einzupreisen. Wir haben immer noch die Situation Russland-Ukraine. In welche Richtung sich das dann letztendlich austrangiert? Ob es hier doch nochmal Friedensgespräche gibt? Welche Lösung auch immer. Alles Unsicherheitsfaktoren, die nochmal zusätzliches Pulver geben für den Markt. Der aber gerade aktuell vor allem auf Inflationsdaten guckt, auf Konjunkturdaten. Dann die Unternehmenszahlen im nächsten Quartal. Um dann wirklich sehen zu können, in welche Richtung bewegen wir uns denn. Und die Rezession, wie gesagt, immer wahrscheinlicher, auch wenn es belustigt wird. Auch wenn Jerome Powell hier auch nochmal mit Vorsicht genießen muss. Es sieht schon kritisch aus oder sagen wir mal herausfordernd. Und das ist übrigens ganz wichtig. Das bedeutet nicht, jetzt geht für immer alles in den Bach runter. Alles ist tot, alles ist verloren. Es ist ein normaler Zyklus. Es gehört in den Marktzyklus eben auch an eine Rezessionsphase. Eine Phase, wo es eben auch vom Wirtschaftswachstum mal runter geht dazu. Um hier vielleicht auch ein bisschen aufzuräumen, zu klären. Und vor allem auch die Geldpolitik in die richtige Richtung zu schieben. Denn expansive Geldpolitik kann nicht die Lösung sein, wenn wir dann nämlich immer wieder in den Zyklen vor solchen inflationären Herausforderungen stehen. Das wird wohl die Quintessenz hoffentlich sein aus dem ganzen Dilemma, was wir gerade erleben. Also die Inflation ist das nächste große Thema. Lasst euch also nicht zu sehr verunsichern. Nehmt euch aber mit der Situation, also nehmt die Situation ernst. Nehmt euch damit Zeit. Setzt euch damit auseinander. Jetzt habe ich die Kurve dahin bekommen. Und ordnet es dann für euch entsprechend ein. Denn es gehört wie gesagt dazu. Aber auch nach einer Rezession kommen wieder bessere Zeiten. Und der Markt preist das gerade oder versucht es einzupreisen. Das passiert gerade. Wir haben den 13.07. sonst als wichtigen Termin. Wie gesagt, die Inflationszahlen. Und wenn ihr sonst Informationen haben wollt über den Finanzmarkt. Ich habe jetzt hier auch immer wieder jetzt Erklärvideos auf meinem Finanzkanal. Lasst gerne ein Abo da. Ich habe den unten in der Beschreibung. Zum Beispiel Leitzins. Einfach erklärt, was passiert, wenn Zinsen steigen. Inwiefern betrifft uns das Unternehmen und was sind Lösungsansätze kann. Und hier das Thema Stagflation, also die Vorstufe vielleicht einer Rezession. Inwieweit hilft die Geldpolitik hier oder das, was die Notenbanken gerade tatsächlich machen, die Rezession beziehungsweise Inflation einzudämmen. Also ihr merkt viele, viele Fachbegriffe. Die Erklärung gibt es hier. Sorry, dass es jetzt so ausführlich ist. Aber die Basics sind definitiv wichtig in diesen Zeiten, um es auch für sich selber richtig zu verstehen. Kommen wir jetzt zu den Big News. Und zwar aus Europa. Ich habe es im Intro schon angedeutet. Es gibt einen Deal. Der ist ein Deal, der nicht so toll ist. Es geht um die Geldwäscherichtlinien. Ein heiß diskutiertes Thema. Es ging ja in der Vergangenheit darum, dass alle privaten Wallets, alle Transaktionen verifiziert sein müssen. Das ist die gute Nachricht. Das ist zumindest mit der neuen Einigkeit hier nicht mehr der Fall. Und es ist tatsächlich so, dass man jetzt eigentlich nur noch das Gesetz auf den Weg bringen muss. Man wartet hier noch auf Mika. Also das, was jetzt noch als nächstes regulatorisch in Richtung Krypto freigegeben wird. Und dann ist eigentlich der Weg frei, dass hier nach und nach das Gesetz umgesetzt wird. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten 18 Monate. Wird man dann sehen. Aber das muss eben noch verfasst werden. Wichtige Nachricht, also private Wallets, Transaktionen zwischen privaten Wallets sind weiter möglich ohne Verifizierung. Sollte aber ein Serviceanbieter mit reingeschaltet sein, also jemand, der hier die Schlüssel verwahrt, zum Beispiel eine Kryptobörse oder ein anderer Anbieter, dann vielleicht auch MetaMask, obwohl man hier natürlich auch die privaten Schlüssel verwahrt. Das muss wirklich für mich klar noch definiert werden, wie dann der Crypto Service, der Custody Service wirklich definiert ist. Faktisch ist aber ab 1000 Dollar, muss verifiziert werden, wenn es von einer privaten Wallet kommt, ist es zwischen solchen Custody Anbietern, dann muss immer verifiziert werden. Und das ist die schlechte Nachricht tatsächlich, denn jetzt kann oder jetzt muss jede einzelne kleine und so muss man sagen PIS-Transaktion verifiziert sein. Beziehungsweise eben auch dahinter muss man wissen, wer steckt eigentlich dahinter. Das ist etwas Neues, denn das gibt es in der normalen Finanzwelt nicht. Hier versucht die EU eben zwischenzugrätschen und zu sagen, hier passiert so viel Wild West im Crypto Space. Wir wollen dem entgegenkommen und schon auch die kleinen Transaktionen verhindern, weil sie eben auch wissen, dass man auch durch das Ausblicken von Transaktionen eben schnell mal unter die 1000 Schwelle kommen kann. Also gute Nachricht, private Wallets weiter ohne Identifizierung, aber alles, was irgendwie in Verbindung kommt mit irgendwelchen Börsen und ab da ist ja dann der Rattenschwanz der Transparenz, ist dann halt schon ein sehr heikles Thema. Also schlecht ist die Nachricht, aber zumindest ein bisschen was Gutes ist noch da drin und es ist klar, es ist Fakt. Jetzt warten wir auf Mika und hoffentlich nicht die nächste schlechte Nachricht oder Herausforderung. Sagen wir mal so, die EU schießt sich hiermit schon ein bisschen auch ins Aus, nicht komplett. Man versucht hier auf jeden Fall einen Standard zu setzen, den es auch weltweit so noch gar nicht gibt. Man versucht hier knallhart durchzugreifen bei der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Geldströme im Crypto Space, aber wettbewerbsmäßig ist es definitiv dann eine Herausforderung, hier in Europa ein Anbieter zu sein, weil man eben sehr viel mehr noch leisten muss. Kommen wir jetzt weiter zu den Regulatoren in den USA und hier in Form der SEC. Die Security Exchange Commission ist ja dafür verantwortlich, ob es einen Bitcoin-Spot-ETF zum Beispiel gibt. Wir haben die ganzen Dramen rund um die Einordnung, was ist eine Kryptowährung, ist es ein Wertpapier oder nicht, die Diskussion lassen wir mal beiseite. Sie entscheiden auch, ob es einen ETF für Bitcoin geben wird. Einen Future-ETF haben wir schon in den USA, Spot-ETFs, also mit wirklich Bitcoin dahinter, die gibt es schon in vielen Orten dieser Welt, nur in den USA noch nicht. Und die SEC hat hier wieder mal den Riegel vorgeschoben. Grayscale hatte ja einen ganz heißen Kandidaten hier in der Pipeline und das wurde gestern dann eben weggewunken und hier, ciao, hier gibt es kein Spot-ETF. So scheint es zumindest zu sein. Die USA, die SEC will es nicht und Grayscale will das nicht akzeptieren und das auch zu Recht. Hier wird jetzt eine Klage vorbereitet und das wirklich eine Stunde, nachdem bekannt wurde, dass der Spot-ETF wieder abgelehnt wird. Hat Grayscale, der CEO, bekannt gegeben, wir verklagen die SEC bzw. wir gehen dagegen vor, denn ganz klar wird hier nicht mit dem gleichen Maß gemessen. Es sind immer die gleichen Argumente, die hier kommen. Wenn wir uns das mal angucken, was hier als Argumente genannt wird, dann zeige ich euch das nochmal hier. Die Rolle von Tether, Manipulierung, unregulierter Markt mit einer signifikanten Größe. All das sind so Argumente, die ja in den Raum geworfen werden, dass es kein Spot-ETF gibt. Es ist tatsächlich in meinen Augen auch lächerlich und mit zweierlei Maß gemessen. Es gibt hier Punkte, wo wohl die Anwälte von Grayscale Angriffspotenzial sehen, das Ganze umzudrehen. Und es ist der wichtige Schritt, um den Spot-ETF hier wirklich zu beschleunigen. Also das mal von Grayscale. Wir gucken jetzt auf einen nicht so erfolgreichen Fund. Das ist nämlich der von 3Euros Capital. Und es scheint so, das berichtet Sky News, die Liquidation wird vorbereitet. Wir haben auch von Whale Alert schon gesehen, dass es wohl Liquidierung schon gegeben hat jetzt bei 3Euros Capital. Also das Gesamtvermögen wird hier liquidiert, um die Kreditnehmer, um die Leute, die Anteile bzw. eben Verbindlichkeiten bzw. Forderungen stellen an 3Euros Capital, um die zu bedienen, muss jetzt zwangsliquidiert werden. Also der erste große Knall ist definitiv da. Celsius könnte womöglich folgen, obwohl es hier immer noch Übernahmegerüchte dann natürlich gibt. Unter anderem auch von diesem Mann. Und Sam Bankman-Fried, der CEO von FTX, sagt sogar, es gibt manche Kryptobörsen, die mittlerweile sogar auch schon heimlich insolvent sind. Und es kommt einfach nur nicht raus, weil es keinen Bankrun an den Börsen aktuell gibt. Ich empfehle grundsätzlich sowieso jedem, own your keys, own your coins, packt eure Kryptoassets im besten Fall auf eure eigene Wallet. Dort könnt ihr sie selbst verwahren. Ihr könnt alles damit machen, was ihr wollt und habt die vollste Kontrolle. Die besten Wallets findet ihr unten in der Beschreibung. Da habe ich auf jeden Fall nochmal einen Vergleich für euch. Kommen wir zurück zu dieser Aussage und das ist schon echt kritisch. Das ging gestern und vorgestern durch die Krypto-Szene und man vermutet jetzt, wer könnte es sein? Er sagt hier in einem konkreten Interview Tier 3 Exchanges, also schon kleinere Börsen. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen, dass hier nach und nach die Kaskade zu rollen scheint und das ein oder andere Kryptounternehmen unter diesem Bärenmarkt wohl so leiden wird, dass es dann eben zu einer Insolvenz oder zu einer Liquidierung kommt. Und also, hausgemachte Probleme im Kryptospace, die den Markt weiter belasten und zur Frage uns kommen lassen, ist der Bitcoin denn jetzt tot? Ist Bitcoin wertlos? Wir haben einen Artikel für euch, der immer wieder geklickt wird, nochmal aufbereitet mit ein paar Informationen, wann ist Bitcoin tot und es gibt da super spannende Analysen. Und tatsächlich, wenn wir uns das mal angucken, wie oft Bitcoin schon gestorben ist, haben wir es in der Tabelle hier zusammengefasst. Das sind halt eben gewisse Ereignisse, die haben gewisse Definitionen, aber hier 2017 war Bitcoin ja schon etliche Male tot, als Reaktion zum Beispiel auf das, was in China oder dem Band passiert ist 2018 im Bärenmarkt natürlich. Wir sind mit 18 Meldungen echt noch verhalten. Vermutlich sind es sogar mehr, wenn man ein bisschen breiter gehen würde. Aber ich will euch damit nur zeigen, guckt euch sowas ruhig mal an, aber ordnet für euch die Sachen ein. Bitcoin ist nicht tot, das Netzwerk funktioniert weiter und auch solche Phasen haben wir schon erlebt. Ich mache dazu mit der Börse Stuttgart mit dem lieben Richie ein Video und das werdet ihr, glaube ich, nächste Woche sehen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auch mal bei der Börse Stuttgart vorbeizuschauen. Das Thema nehmen wir dann nochmal ein bisschen auseinander. Tot ist Bitcoin nicht für diesen Mann, Michael Saylor, der mit MicroStrategy nochmal den Dip gekauft hat. Also er hat ja einen Durchschnittseinstiegskurs von 30.000 US-Dollar. 480 Bitcoin wurden jetzt nochmal gekauft, also 10 Millionen Dollar zu ungefähr 20.800. Dieser Mann hört nicht auf zu kaufen. Er ist all, all in. Und ich muss sagen, wenn man sich jetzt hier Analystenstimmen anhört, die sind natürlich nervös, was das Thema MicroStrategy angeht. Und sie sehen auch nicht das beste Investmentvehicle hier, die MicroStrategy-Aktie als möglichen vielleicht Bitcoin-ETF. Schreibt mir gerne mal rein, wie ihr Michael Saylor auch so wahrnehmt. Ist er für euch ein Mann der Hoffnung oder ein Mann des Wahnsinns oder irgendwo in der Mitte? Schreibt es mir gerne mal unten rein. Er geht auf jeden Fall weiter all in und ist da sehr konsequent. Und das eigentlich auch nur, wenn er seinem Investmentcase folgt, richtig. Zumindest mal ganz nüchtern betrachtet. Das Interesse ansonsten an Krypto geht weiter runter. Dem Tod sind wir hier noch nicht nah. Auch wenn die Null zuletzt von Google schon prognostiziert wurde, sieht es schon wieder ein bisschen besser aus. Aber klar, nach einem Hype kommt eben eine Ruhrphase. Ich habe es im letzten Video ja mal verglichen mit einer wilden Party, aber bei der muss man auch nicht weinen. Also danke nochmal für den netten Kommentar. Ihr wisst, ab und zu gibt es die Versprecher und die verrückten Sachen hier. Aber deswegen ist es doch alles live. Und deswegen werde ich das vielleicht auch in Zukunft sowieso als Live-Format machen. Da habe ich eine wichtige Frage auch noch an euch. Das wäre wirklich gut, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Braucht ihr sowas? Ein Live-Krypto-News-Format täglich um 18 Uhr. Vielleicht nicht jeden Tag, vielleicht alle zwei Tage, aber dann eben auch als Live-Format. Schreibt mir unten rein, ob euch das gefallen würde. Die Uhrzeit, die ihr euch wünschen würdet, auch gerne. Ansonsten bleibt auch erstmal alles so, wie es ist, denn es funktioniert ja auch und passt auch. Aber bin ich sehr interessiert, wie ihr das denkt, denn ihr seid ja schließlich die Zuschauer und bestimmt hier mit. So, 4-Güte-Index ist bei 11. Es ist also ein bisschen verhalten. Und bleibt noch dran, es gibt noch den Ausblick. Wir sind weiter im Angstbereich, definitiv. Die Bitcoin-Dominanz stabilisiert sich bei ungefähr 44 weiter. Alt-Con-Season ist nicht. NFTs sind auch irrelevant. Aber OpenSea, die sind gerade relevant, weil es einen Data-Beach gegeben hat. Scheinbar hat einer der Mitarbeiter sich überlegt, alle Kundendaten für Newsletter etc. runterzuladen und einem nicht verifizierten dritten Teilnehmer zu senden. Das ist mal so die grobe Information. Also wenn ihr demnächst OpenSea-Spam-Mails bekommt, bitte löschen, bitte melden. OpenSea wird euch nie irgendwas von euch verlangen, was anzuklicken oder euch irgendwelche Angebote machen. Geht da extrem vorsichtig vor und guckt immer auch auf die Social-Media-Kanäle, dass ihr da nicht irgendwie in eine Scam-Falle rutscht. Wir gucken jetzt auf die Gewinner und Verlierer des Tages. Tagesgewinner gibt es nicht wirklich viele. Iwimos diese Woche ein bisschen stärker. Ansonsten Gewinner in der Woche rar gesät. Gucken wir mal auf Verlierer. Und das muss ich euch auf jeden Fall auch zeigen. Terra Luna Classic. Und es gibt tatsächlich Leute, die spekulieren hier noch im Terra Luna Classic Ökosystem. Also Leute, Finger weg. Ich will nichts davon hören, denn hier ist definitiv ein Zombie-Dance am Start. Also ein Zock mit einer Leiche. Nicht mehr, nicht weniger. Hier passiert nichts mehr. Also Leute, Finger weg von Terra Luna Classic, Terra Luna oder sonstigem. Zockt hier nicht mit. Das wäre sehr gefährlich. Ansonsten nochmal Verlierer. Definitiv die, die auch eben Gewinner der letzten Woche waren. Einfach an den Synthetix heute doch deutlich im Minus. Und so sieht ihr eben, der Markt gewinnt. Mal verliert der. Die Tendenz ist aber schleichend und leider nach unten. Wir haben ansonsten ein Update von Polkadot. Selten genug die Council, eines der wichtigsten Gremien, nämlich das Entscheidungsgremium, das Government-Gremium, was zentralisiert war, soll jetzt in die Hände der Community gegeben werden beziehungsweise in ein Voting-Tool. Das Ganze heißt Referendum dann in Zukunft. Updates und News gibt es da auf jeden Fall auf dem Blogpost. Und werde ich auch nochmal was zu machen. Das aber nur mal als kurzes Update Richtung Polkadot. Gehen wir jetzt mal ein bisschen in Richtung Ausblick, denn viel mehr News im Allkorn-Bereich gibt es nicht. Kevin Swenson schreibt es hier, was man auch gerade tatsächlich fühlt. Wenn man Bitcoin und Ethereum sich noch anguckt, die Top-Coin-Investoren, die sind immer noch aktiv. Social Media lebt hier noch und es passiert regelmäßig was. Aber je weiter wir in den Allkorn-Bereich gehen, desto weniger News sind tatsächlich da. Immer mal wieder hier und da. Wir haben Cardano, wir hatten jetzt Solana mit dem Handy und so weiter. Aber es wird tatsächlich sehr, sehr ruhig. Und man merkt eben, wie der Markt nach und nach ablässt. Und hier, wie gesagt, nochmal die Erinnerung. Und schreibt es euch einfach auf einen Zettel und knallt euch das vor eurem Computer-Bildschirm im nächsten Bullenmarkt. Werdet ihr Gewinne realisieren. Ihr werdet Altcoins kurzfristig spekulativ handeln und nicht als langfristiges steuerfreies Asset irgendwie jahrelang versuchen zu halten. Das geht in den seltensten Fällen, in fast gar keinem Fall gut. Also passt hier bitte auf. Und ich erinnere, wie gesagt, nochmal an mein Crypto-Exit-Video. Ich kann das hier auch nochmal aufrufen, beziehungsweise durchstöbert einfach mal den Kanal. Im November habe ich es euch gezeigt. Es ist wichtig, sowohl Eintritt- als auch Austritt-Strategie ganz klar festzulegen. Nur so kann man in so einem volatilen Markt auch langfristig erfolgreich sein und für sich auch eben seinen guten, sicheren Weg finden und dann eben vielleicht eher langfristig auf die Top-Coins eben gehen oder die, die eigentlich alles abbilden. Das ist Bitcoin-Industrium aktuell. So, gucken wir sonst nochmal auf eure Prognosen. Ich habe es auch im Intro schon gesagt. Ich habe euch abstimmen lassen. Kämpft um die 20.000er Marke. Gestern ging der Tweet raus, beziehungsweise doch genau gestern, genau gestern nach dem Video. Und kann die Marke gehalten werden? Und ihr habt gesagt, nein. Und damit habt ihr recht gehabt, der Bitcoin eben sprechend. Wir sehen es hier aktuell noch wieder unter den 20.000, jetzt sogar Richtung 19.000. Also der Abverkauf beschleunigt sich gerade, zumindest hier in diesem Video. Vielleicht ändert sich das gleich auch nochmal wieder. Aber die Angst, beziehungsweise Unsicherheit nimmt weiter an diesem Markt zu. Und da komme ich dann eben auch zum nächsten Punkt, dieser hier. Es gab einen Bericht bei Cointelegraph, 5 Gründe, warum wir noch auf 10.000 fallen könnten. Kaffeesatz-Leserei haben sie sogar selber als Bild gemacht. Aber es gibt schon auch ein paar richtig interessante Daten und Fakten. Nämlich zum Beispiel auch diese. Wie viel sind denn jetzt eigentlich noch von den Bitcoin-Supply? Wie viel sind denn da eigentlich gerade noch im Plus? Und wir sind immer noch auf so einem hohen Niveau, dass wir, wenn wir in alte Bären oder Bärenbergte und Bärenphasen gucken, bis 40% runter schon noch Luft nach unten haben. Und tatsächlich hat es diese echte, krasse Kapitulation auch noch nicht gegeben. Auch wenn das alles, was wir bisher gesehen haben, brutal war und nicht wirklich toll, so haben wir eine echte Kapitulation und auch einen echten Boden für mich gefühlt noch nicht gesehen. Es sind immer kleine Ebenen, die wir erleben. Aber wir merken auch, dass die Recoveries auch immer kleiner werden. Das heißt jetzt nicht, Holland in Not und wir gehen auf jeden Fall auf 10.000, sondern das heißt, seid ihr einfach auf der Hut und beobachtet den Markt. Es kann sich alles wenden, wenn sich signifikante Probleme lösen. Wie zum Beispiel der Russland-Ukraine-Krieg. Wie zum Beispiel Inflationsdaten, die jetzt in Deutschland schon mal besser waren, trotzdem nicht den Impuls gegeben haben, weil man jetzt schon von der Inflation dann als nächstes eben in die Richtung Rezession guckt. Also wir merken, der Markt, und das ist nochmal die Erinnerung, versucht gerade händeringend was einzupreisen, was schwer einzupreisen ist, denn die Zukunft kennen wir hier alle nicht. Ich sage euch nur eins, auf dem Weg nach unten zu kaufen ist sicherlich schöner als auf dem Weg nach oben, aber ein fallendes Messer schneidet trotzdem in die Hand. Einfach vorsichtig, bleibt konsequent bei euren Plänen, die ihr euch gemacht habt und seid vor allem im Wohlfühlbereich. Fühlt euch damit wohl, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, hinterfragt. Gucken wir nochmal auf diese Grafik hier. Ich weiß nicht, ob es sich hier in einem Video schon machte oder im Livestream war. Der Harving-Zyklus. Wir sind, wenn wir uns die Orangeline angucken, ganz weit weg davon, alte Harving-Zyklen zu bestätigen, was natürlich auch mitunter an der makroökonomischen Situation liegt, in der Bitcoin so auch noch nicht war nach den Harving-Zyklen. Deswegen muss man das hier natürlich auch entsprechend gesondert betrachten, aber es zeigt vor allem auch, dass die Harving-Zyklen eben auch nicht immer so aufgehen wie in der Vergangenheit und dass das auch nur Vergangenheitsindikatoren sind, die trotzdem uns ein neues All-Time-Hall beschert haben, aber nicht eben diese explosiven Blow-off-Tops, die es vielleicht in Zukunft sowieso nicht mehr geben wird, weil einfach immer mehr Geld in diesen Markt fließt und damit auch die Gewinnmöglichkeiten, gerade im oberen Segment, gerade bei Bitcoin, bei den großpreisigen Assets eben auch kleiner wird. Das mal als kleiner Ausblick, als kleine Einordnung. Deswegen, die Stimmung ist scheiße und das muss man mal klar sagen. Hoffentlich werde ich jetzt hier nicht irgendwie zensiert. Oder die Stimmung ist schlecht, herausfordernd. Sie ist depressiv, sie ist zwischen Panik und Depression, Desinteresse und das gepaart mit der aktuellen makroökonomischen Situation tendenziell dann eher natürlich auch schwächere Kurse. Wir gehen durch diese Phase durch, wir gehen durch diese Phase gemeinsam durch und wenn euch der Content hier gefällt, dann lasst gerne ein Like da, haut ein Abo hier auf den Kanal, teilt den Content, wenn ihr denkt, es würde auch anderen helfen und dann halten wir hier definitiv gemeinsam durch. Denn wenn eins gehodelt werden sollte, dann auf jeden Fall die Bildung in dem Bereich und vor allem auch dann der Blick auf die Zukunft, denn die wird auch irgendwann wieder positiver. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Und Samstag gibt es übrigens nochmal ein Video mit TOBG. Also Leute, ciao. 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 Ciao.